Holzkohle 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 Ach du oder je Weißen Schon gut Hat ein bisschen Tummelum gemacht hier Tummelum? Ja Also es explodiert oder was? Nein, ich hab meinen Eimer Wasser aus Versehen falsch geblendet Hast einen Eimer Wasser ausgekippt? Ja Das ist natürlich ein Ding du Jetzt musste ich mal gerade hier runter rennen und wieder alles platzieren Achja Also halb so wild Was wollte ich jetzt machen? Das mit Kohle versorgen Wolltest du? Ja Ok 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 Was ist das? Du bist Oh Du bist Du bist Du bist Also So, jetzt haben wir schon drei Stück. Ich will nur noch ca. kühlte 350. Oh man, noch Kupfer hier da, so ein bisschen. Ja, das ist ganz schön Ressourcen, da sind alles hier, du, deine Arme, das glaube ich, aufs Wort. Solar-Engine? Ist das Ding jetzt mal hier leer? Zwei. Was sagt denn der Ofen? 180 Grad, 185, 86. Gut, das Ding läuft doch schon zwei Stunden durchgehend. So, wir haben kein gebranntes, gebrannten Iron mehr. Gebrannt. Ich hab noch was in der Tasche. Den Dingensbums des Spezialeisen. Spezialeisen? Obwohl, für die Solardinger brauche ich ja kein Spezialeisen. Ne? 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 Ja, ein bisschen. Wenn hier das Ding jetzt fertig ist, dann gehe ich in Nether, also wohl Zeug für Nether. Fertig. Fertig. Äh, nicht wundern, wenn gleich Kohle oder so, wenn da hinten gleich Kohlenpulver liegt, ne? Hier. Okay. Nicht wundern. Habt ihr jetzt, äh, den ganz... Ding gemacht. So, das, 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 das. Brauchen wir denn? Zwei Rollen, noch eins. Zwei Rollen, noch eins. Ich glaube, ich weiß noch mal, wir brauchen die Davon, noch eins, noch eins. So, jetzt wird hier... Mal gucken... Und das? M.F.E. Ach du scheiße! Goldkabel. Zweifach isoliertes... Und nochmal Energiekristalle. Ach du scheiße! Na dann wollen wir nochmal 4 Diamanten holen. Haben wir denn überhaupt noch 4 Diamanten, ja. Das müssten doch eigentlich fast alle haben, ne? Äh, fast alle haben. Wir haben schon einige verbraucht, du. Achso. Ha. Das hätte ich ja nicht gedacht. Steht da so ein asozialer Zombie vor der Tür, ey. Verpiss dich doch, du altes Arsch. Ups. Tadadadat. Tadadadadadat. Tadadadadadat. Einen noch. Ja, jetzt haben wir nur noch 8. Maschinenblatt brauchen wir noch, wir brauchen auch Carbon, deswegen ist es die Kohle im Pulverisierer Aus dem Kohlenstaub macht man das, dann mache ich hier gerade mal Goldkarten Ich hole Obsidianen, ich hole Obsidianen Wir müssen definitiv jetzt in Nether Wir haben auch keinen, ach das fehlt doch alles hier Was fehlt denn? Das da, das Maschinenblock Ne alles gut Achso Jetzt vielleicht noch nix Maschinenblock Na bitte Dann kam die da, das da, das da und das da Und Gabel da, da, da und da MFE So, da haben wir schon mal ein MFE Das ist ja schon mal toll Advanced Maschinenblock können wir noch, oh, etwa Glowstone brauchen wir auch Ja, ich brauche auch Glowstone für die Solarpaneele Äh, ich brauche Glowstone für das komische Advanced So, gut Ding da Ja Könnt ihr sogar ein Solarkopf, äh, Solarhelm machen Ja Das stimmt, weiß ich noch nicht, ob ich das möchte Könntest du, wenn ich mal Gold Ja, ich weiß noch nicht ob das der so tolles bringen soll Ja 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 Hat man schon eine Diamantdachs und dann hackt man hier eine Viertelstunde an dem Obsidian rum, ne? Ja An so einem Teil Na ja Ja, liebe Zuschauer, das ist total spannend hier, aber Wer Elektronik will, ne? Der muss leiden Der muss leiden Entweder oder Ja Das stimmt Wollen oder nicht wollen Wollen oder nicht wollen Wollen oder nicht wollen, das ist die Frage Jupp Wie viele habe ich jetzt? 18 Das schickt Aber das Schöne ist, wir haben uns noch nicht einmal verlaufen beim Formen Das stimmt natürlich Jedenfalls noch nicht so, dass wir uns gerade strak nach oben buddeln mussten Ja 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 Ja